ja gerade eben als ich zuerst gezockt habe war einer von meinen games für eine externe ich ihn sofort gekauft war auch sehr schnell wieder draußen nach zwei minuten oder so leider war ich im falschen spiel ja 15 15 ja die profis sie war erst ganz gut aber dann nicht mehr ganz so gut stefan zock gerade mit meinem cousin des silber drei im moment ja aber nicht hier was der ist ja nochmal der cousin oder ne ne kennst du nicht der andere ja das ist ja doch auch stefan sein cousin oder warum sagt denn stefan zocker mit meinem cousin soja mit unserem warum sind die keine light riches kisten ja das kommt immer karten raus ok jetzt nur und nicht jetzt Ah, jetzt Einen Versuch hab ich noch Glimmering Ritches Fuck, ey Ey, die ist immer ganz schlecht, glaub ich, die Kiste Ah, diese Ah, aber Aber Don't Dingster Die schlechtesten, glaub ich Ja, das kann auch sein Glimmering geht noch Light Kommen diese schönes Karten mit raus Nation Cards Das ist eigentlich ziemlich sick Boah, Junge, wie viele Kartenzdinger sind denn hier unterwegs Ey Ey Wenn ich die haben will, muss ich da hin Schön Guardian klatschen Ich will nicht verrecken Ich will nicht verrecken Ja Ich will nicht verrecken, Leute '! Die wird doch nochmal von dem geholt. Jetzt gleich schön wegballern. Wo ist der Ball? Weg. Double Drop. Okay. Okay. Oh, das Schwert. Socket Games are supported by Level 20 Rathless. Socket Games are supported by Level 20 Multi-Strike. Das ist ein krasser Fünf-Link. Ein Elder? Mhm. Hat das denn wenigstens Damage, oder? Nein. Scheiße. Hat ein bisschen Crit. Increase Attack Speed 20. Was hat denn die DPS? Weiß ich nicht. Starung C drauf. Ja. Ja. Neins. Starung C. Physische DPS? Mhm. Oder Totale? Ja, beides. 162 Physische und Total 274. Das ist nicht so der Hardcore-Chip. Ne. Trotzdem mal. Oh, ein neuer Game ist drin. Juwel ist drin. Ah, 6 Exalted. Ah, ne. So, für 3 würde ich mir vielleicht einen holen. Sword. One-Handed Sword. Rathless Support. Level 20. Rathless? Rathless. Rathless. Rathless auch nicht. Pff. Billigstes 5C. Immer noch Tech Speed. Ist doch immer ganz wichtig. Immer noch 5C. Dann noch mit Crit Multi. Keinen gefunden. Ach, es ist so dreckig. Critical Strike. Multi. Typ. Wieso suchen? Implizit? Ne. Ach. Ich finde das schon wieder nicht, ne. Komm, ich sitze einfach für 5 rein. 5X? Äh. 5C. 5X. Haha. Ja, weiß man doch nicht. Ne, ne, ne. Da hätte der Damage wirklich höher sein müssen. Die, ne. Auch die Pocket Ritches. Ach, toll. Ja. Alles kacke hier. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. 500 koste mich. Ai, ai, ai. Ah, es geht dann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich vergesse immer, dass dieser blöde Shaper hier, ach das ist der Elder, für seine Guardians die Bosse immer tötet. Dann braucht er so ewig, bis er wieder in seinem Portal kriecht. Ich vergesse immer, dass dieser blöde Shaper hier ist. Ich vergesse immer, dass dieser blöde Shaper hier ist. Ich vergesse immer, dass dieser blöde Shaper hier ist. Ich vergesse immer, dass dieser blöde Shaper hier ist. Ich vergesse immer, dass dieser blöde Shaper hier ist. Ich vergesse immer, dass dieser blöde Shaper hier ist. Ich vergesse immer, dass dieser blöde Shaper hier ist. Ich vergesse immer, dass dieser blöde Shaper hier ist. Ich vergesse immer, dass dieser blöde Shaper hier ist. Wir haben nicht in einer Zweieck. Ein nur idioter unterwegs. Das ist doch nett. Ein Easy-Money. Ein Easy-Money in meinem Pocket. Ich hab schon noch einen Mürra getroffen. Ja, alles. Ja. Alles auf einmal. Keine alten Sachen mehr. So. Das ist wahrscheinlich direkt dahin. Kann sie auch noch so einen Ritehouse-Feier machen, Eke. Hä? So einen kleinen Ritehouse-Feier-Typen. Äh. Nee. Der ist zu gut, ne? Ist zu langweilig dann. Theo fängt bestimmt auch noch einen an, wenn... Der hat ja vorhin... Wedelig. Ja. Rima zugeguckt und so, boah, der kann da nur in der Dunkelheit rumlaufen und so. Ja, ja. Der macht jetzt auch einen. Kann er, kann er nicht wieder volltexten. Das nehm ich dann besser, ne? Ja gut, den, den Bild kennt er ja eigentlich mittlerweile. Na ja. Salt. Aber ich bin jetzt hier 800 umsonst gelaufen. Kack können sie. Rass dich aus. Was kostet denn hier? Was kostet denn hier? 2x plus die Carms. Aber wie toll sind meine Ringe mittlerweile? Oh, die sind auf 2x gestiegen. Ich hab die für eine bekommen. Dann brauchst du 4x für die 2 Ringe. Nimm dann noch eine Carms. Und der Rest kostet... 1 bis 5c. Echt? Ja, also wenn du... Außer die Waffe jetzt halt, die ich hab. Ja okay, du brauchst aber noch ein Juwelen, ne? Ja, die hab ich ja alle für 5 bis 10c. Sollte ein bisschen warten, aber... Plot Stained Riches. Hier auch nur 3 Kisten, ey. Können diese Dinger aus dem Boden mich mal loslassen, alter? Nein. Das geht doch, ey. Diese grünen Scheißdinger, die ich da... verloren, ey. Gummiting oder was das da sein soll, ey. Oh, doppelter Feuerball, ey. ... Haben die da jetzt eigentlich was gepatcht nochmal mit dem Nico und so, mit dem Sulphid? Nee. Ich krieg gefühlt irgendwie weniger, also ich hab schon 250 bekommen auf so T15 Maps, aber hier auf T14 krieg ich nur so 150 bis 170. Das ist random halt, ne? Ja, aber... Ja, das ist random halt. Ja, aber... Das darf nie sein, ne? Das ist eh nix. Ja, hm. So, wir glauben. Ja, das ist trager. Ja, das ist trager. Ja, das ist trager. lol auf acid lake sind ja zwei endbosse ne und davon hat er irgendwie nur einen zerstört den ging dann muss ich jetzt noch kämpfen glaube ich das skelett wichser ja ne ja das war die bockle ne so ne komische was schießt die mit dem bogen schießt die eine spires of delusion oder mache ich ja den blitz typen gleich zum schluss ane das der jetzt wie das so komisch aus so ein bisschen aufpassen sonst rippt er mich mit einer attacke die hat mich schon umgebracht ist noch mal alt gedrückt ja geht alles gut facken komisch nicht so er hat die pech gehabt schade Slam! Der Eldor ist wütend. Oh, da ist ein 3,5 X. 3,5 X ist halt auch noch viel. Das wärst du doch gar nicht. Doch. Natürlich. Juhu. Fast wär ich gerippt. Ach, geschafft. 3,5 X. 3,5 X. 3,5 X. Was? Das brauchst du nicht mehr. Nee. Ich brauch gar nichts. Oh, ich will mal so ein Key haben, so ein Relikt. Ja, das wär schön. Ja, das wär schön. Aber, das gibt's nicht. Gibt's nicht, ne? Ich glaub auch. Das ist alles tot. Das ist alles, das ist alles tot. Äh? Und den können sie. Dick Map hab ich nicht bekommen, ne? Dick Map hab ich nicht bekommen, ne? So, ob da eigentlich, sieh doch da nix, was ich abknauen soll. Ja. 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 Ich check das nicht, alter. Ja. tot, one shot, ey. wenn ich da rübergehe. Ja, der fährt. Ja. Ich bin immer noch mal von mir. Ja. Alter. Was ist denn los mit diesem Mobs? Der gibt ihr einfach so hart, dieser Ding war mal aus dem Boden. Mann. Wart's in die Fresse. Ich bin Turo. Ey, Junge, ich hab 600 Leben. Was zur Hölle? Ich bin so dumm, alter. Dieses schlimmste Spiel, das wir gespielt haben. Die Charakter war total broken, Mann. Oh. Fucking Double Strike Shit, Bro. Fuck. Wie kann es denn sein, dass du mich auf dem Leben pustet, alter? Ich versteh's nicht. Ich hab genug von allem. Ich brauch noch ne dick Map. Sie ist beim Walen leider zu einer Karkastisch-Streck-Map geworden. Warte. Weh, das Licht geht aus. Ich hab nur ne dick Map. Ich kauf mir grad eine. Hä? Ich kauf mir ja grad eine. Nimm nicht den. Nimm mal. Should I invite you after? Pfff. Oh, jetzt hab ich einen angewispert, der will... Der will... Der will 10 auf einmal verkaufen. Hab ich nicht gesehen. Ah, da ist da einer. Endlich. Nur 10 Leute oder so angewispert. Nein, nicht. Hilfe. also 10. Die Taas. Ich klingel. Nimm nichts. Aber das ist krank. Oh, jetzt geht's mal. Aber das ist eine Mächte. Tja, wir motheratzie. Dickmap, diesmal ist sie geblieben. Oh, da ist ja ein neuer. Was ist der? Bei der Delft-Tiefe Solo. Ist ja ein neuer. Nicht mehr der Morph. Sondern so ein anderer Boy. Jaja, stimmt. Dieser Junkie, ne? Junkie? Junkie. Jo, auch fast kein Fuck-Off steht da. Ist das ein Junkie? Kennst du den? Was? Warum geht's gerade? Um die Solo-Delft-Tiefe. Achso, der. Ja, der hab ich heute schon mal gelesen. Cooler Typ, ey. Auf jeden Fall. Sofort richtig sympathisch geworden, der Boy. Ja? Jaja. Wenn wir nachher mal den Bild von dem angucken. Range-Totem, wie du... Boah, ey, wenn ich... ...scharper Schuhe kriege, ey. Immer Range-Totem und Totem-Damage-Dorf. Jedes Mal. Ja, ich doch... Ne. Nee. Dein Wald, ey. Soll ich jetzt machen? Ja, nix. Ich suche mir immer die falschen Ball drauf. Wieso? Das ist scheiße, Alter. Das ist doch nicht schlecht. Wieso ich denn mit so einem Hurensohn hier einen Charper machen? Machst halt noch ein bisschen bessere Items, ne? Ja, hab ich nicht. Das musst du mir kaufen. Ja. Mach ich. So, ey. Wenn der Mirror kommt, dann... Ich kann meine Ringe verbessern, ja. Meine Waffe vielleicht noch. Ja, jetzt bin ich tot. Wurz... Wovon denn? Ein so'n Hurensohn weißen Piss, Mann. Eieiei, vielleicht suche ich mir jemand anderen, der mir gleich hilft. Guck dir, wir sind... Ich check's halt manchmal nicht in der Mine. Das ist so dämlich. Ja. Warum bin ich auf einmal tot? Warum geht das Licht aus? Einfach so... Ist denn den Lichtradius auch auf 150? Ja, alles, Mann. Totale Kanne, voll nach vorne gebufft. Dann geht das aus. Und dann geht meine Lampe auch aus. Und ich check's halt nicht. Du musst halt n' Flare schnell schmeißen. Ne, geht nicht. Da bin ich schon... Tod, da bin ich schon tot. Da bin ich schon tot. Ne, kannst nicht reagieren. Eieieiei. Ja, die machen so komische EMPs, die Monster, ne. Dann ist das Licht aus. Leider... Aus. Schaut jetzt an.